Servus miteinander. So, wir haben einen Roba aufgestellt, wie ihr wisst. Und jetzt ist es an uns, dass wir die Feinarbeiten machen. Jetzt haben wir heute die groben Arbeiten gemacht, die wir alleine geschafft haben. Und jetzt geht es ans Ausschrauben vom Haus und ans Treppenstufen setzen. Und was wir jetzt aber da vorne gemacht haben ist, ihr seht es hinter mir. Wir haben das Haus mit Planen eingekühlt und zwar im Regen, wie es immer so ist. Wir wollten das Regen sicher machen und genau in dem Moment hat es uns eingeregnet. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt einigermaßen geschafft. Es ist hoffentlich wasserdicht. So wird es jetzt einfach mal bleiben, bis der Zimmerer das Dach drauf macht. Und wir hoffen, dass in der Zwischenzeit keine großen Regenschauer kommen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020